What a wonderful world, coming on, spend today, zeigen wir, gehen so. Touristik besteht auf über 10.000 Reisebüros, 3.000 Reiseveranstalter, unzähligen Reiseleitern, Hotels, Gaststätten, Gästeführern, Museen, Musikern und vieles mehr. Insgesamt sichert die Touristik fast drei Millionen Arbeitsplätze in diesem Land. Deswegen sagen wir hier und heute und ganz laut und deutlich, lasst die Reisebranche nicht an Corona sterben. Hast du wieder schon die Nacht gesehen? Hast du wieder schon die Nacht gesehen?